Im heutigen Video möchte ich euch mal die Sleepy Hollow Edition, die Nameless Media zum 3. November 2023 veröffentlichen wird, etwas genauer präsentieren. Wir gucken uns zuerst einmal an, wie man die Figur vom kopflosen Reiter zusammensteckt. Das ist eigentlich sehr einfach. Die steckt sich schon fast von alleine zusammen. Die Einzelteile sind hier magnetisch versehen. Etwas mehr Fingerfertigkeit braucht man dann für die kleinen detaillierten Sporen hier, um die am Stiefel anzubringen. Aber selbst ich mit meinen klobrigen Fingern habe das relativ einfach geschafft. Es gibt dazu auch noch eine Klebemasse, die man benutzen kann, aber es geht eigentlich auch ganz ohne. Und in ein paar Sekunden sind die Dinger auch schon dran. Also gucken wir uns dann mal die zusammengebaute Figur hier vom kopflosen Reiter mit dem Pferd an und unten diese fette Base. Die sehen wir uns gleich nochmal im Detail genauer an. Also ich finde, die Figur ist definitiv schon mal hier richtig schön gelungen. Macht definitiv was her und da braucht man dann aber auch wie bei den anderen Collectors Editionen und auch Büsten Editionen schon etwas mehr Platz im Regal. Hier sehen wir dann den Schriftzug. Der ist schön blutig rot gehalten. Passt sich dann auch dem Media Book Design an. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Wir gucken uns jetzt hier noch die Rückseite dieser Edition an und sehen hinten dann wieder so eine Aussparung, wo man das Media Book reinstecken kann. Da hat man dann auch noch so ein Bändel dran, damit man das Media Book, wenn man es darin verstaut hat, ganz leicht auch wieder rausziehen kann. Damit kommen wir zur massiven Base. Wie man sehen kann, sind einige Strukturen auf den Steinen hier zu erkennen. Es wurde auch dezent mit grünen Farbtupfern gearbeitet, um hier ein bisschen Moos anzudeuten und darüber liegt dann noch so eine Art Matsch. Dadurch wird es natürlich nicht zur detailliertesten Base. Das ist klar, vor allem wenn man die vielen kleinen Details an der Figur und dem Pferd sieht. Aber guckt man sich nochmal das Gesamtbild an, dann denke ich, kann sich das definitiv sehen lassen. Wer mag und natürlich auch den nötigen Platz zu Hause hat, der kann das Ganze optisch natürlich noch etwas aufwerten. Ich habe zum Beispiel den Hintergrund mal gewechselt, so eine Holzstaffelei dahinter gestellt. Die gab es beim Teddy mal zusammen mit einer Leinwand recht günstig. Dann eine Lampe dahinter, so eine Runde, die soll den Mond symbolisieren. Man kann hier auch zum Beispiel weißes Backpapier nehmen und ein paar Strukturen reinmalen. Das Ganze soll jetzt hier nur mal als Denkanstoß dienen und natürlich müsste man da ein bisschen sauberer arbeiten. Natürlich kann man hier auch noch Moos dazu geben, gibt aber eine große Sauerei, würde ich jetzt nur hier am fertigen Platz machen. Und dann braucht es noch ein kleines Bäumchen aus dem Wald oder eben einem Botanikgeschäft. Damit das Ganze optisch besser zusammenpasst, würde ich den jetzt vielleicht noch mit so einem matten, grauen Lack besprayen. Und dann sieht das Ganze schon recht vorzeigbar aus. Natürlich wäre ein bisschen Rauch cool. Entweder ein paar Räucherstäbchen oder man ist Raucher. Dann erledigt sich das ja praktisch von alleine. Und so sieht das Ganze dann fertig aus, wie ich mir das jetzt zu Hause in meiner Sammlung vorgestellt habe. Ich hoffe, ich konnte euch hier einen guten Einblick davon verschaffen, was euch bei dieser Edition erwartet. Und jetzt sehen wir uns mal das Mediabook an. Sleepy Hollow wurde ja schon mal in drei verschiedenen Mediabook-Editionen veröffentlicht. Cover Variante C habe ich euch schon ausführlich auf meinem Kanal vorgestellt. Einen Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Genauso wie einen Link zu meiner Filmkritik. Wir gucken uns jetzt mal das Mediabook an, das hier bei dieser Edition mit dabei ist. Das gleicht Cover Variante A, hat aber noch ein kleines Upgrade bekommen. Hier seht ihr das technische Datenblatt, wie immer der typische Aufbau mit einer Inhaltsangabe. Ein paar Hinweise, was sich an Bonusmaterial darauf befindet, sowie auch den technischen Daten. Dann gucken wir uns das Mediabook einmal selbst an. Wie man sehen kann, ist hier nicht nur der Titelschriftzug mit Spotlack veredelt worden, sondern auch der Mond hebt sich glänzend vom sonst matten Hintergrund ab. Und das ist so das kleine, aber feine Upgrade, das dieses Mediabook im Vergleich zur Erstauflage bekommen hat, dass hier ein paar mehr Elemente mit Spotlack veredelt wurden. Auch der Titel am Spine sieht richtig glänzend aus und hebt sich vom matten Hintergrund ab. Und auf der Rückseite bekam hier noch ein weiteres Element, so eine Spotlack-Veredelung und ist hier so ein kleines, aber feines Detail, was sich dann zur Erstauflage unterscheidet. Wenn man das Mediabook dann einmal aufklappt, dann sieht es vom Gesamtkonzept her schon sehr stimmig und cool aus. Klar, schwarz-weiß ist nicht jedermanns Sache. Bedenkt man aber mal den dunklen Grundton und die Stimmung im Film, dann passt es ganz gut. Hier hätte man dann aber die Vorderseite des Booklets auch anpassen können. Leider ist die 4K-Scheibe hier nicht mit dabei. Die Edition befand sich schon vor Corona in Produktion und da war eine 4K-Scheibe noch nicht angedacht. Da gibt es dann einen Preisnachlass, aber vornehmlich in der ersten Bestellwoche. Ja, und da kommen wir zum Abschluss dieser Präsentation nochmal kurz darauf zu sprechen. Der Textinhalt in diesem Booklet stammt von Dominik Stark und der schreibt auf diesen 28 Seiten sehr detailliert und informativ über die Hintergrundgeschichte zum Film. Aber auch, was es mit der Romanvorlage auf sich hat, welchen geschichtlichen Hintergrund es gibt und natürlich, was es mit den Legenden auf sich hat, weiteren Verfilmungen. Es gab ja hier auch noch eine Fernsehserie dazu. Der Stoff wurde schon mehrfach verarbeitet. Aber ich finde, diese Version von Tim Burton ist für mich der perfekte Gruselfilm. Und das habe ich dann auch noch in meine Review zum Film mit einfließen lassen. Wie gesagt, die findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Genauso wie das ausführlichere Unboxing zu diesem Mediabook. Und da ich das Ganze schon mal präsentiert habe auf meinem Kanal, gehen wir da jetzt etwas schneller drüber. Und zum Abschluss seht ihr dann hier noch den Innenprint dieses Mediabooks mit dem kopflosen Reiter auf der rechten Seite und Johnny Depp hinter dem Baum auf der linken Seite. Am Montag, dem 30. Oktober 2023 startet dann der Vorverkauf dieser Edition um ca. 15 Uhr im Nameless Shop. Dort kostet dann das Ganze vom 30.10. bis zum 3.11. 169 Euro anstatt 199 Euro. Und damit bin ich fertig mit meiner Präsentation zur Sleepy Hollow Edition von Nameless Media. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Auf bald meine lieben Filmfreunde und Servus.